Die Entwicklung eines Jeden ist uns enorm wichtig. Das schaffen wir durch drei Säulen. Die erste Säule ist, dass wir eine riesige Datenbank an internem Schulungsmaterial haben. Dort werden per Video interne Abläufe, aber auch Fachwissen für die einzelnen Abteilungen vermittelt. Die zweite Säule ist unser bestehendes Team. Dadurch, dass wir hier bereits ein größeres Team an Experten haben, die viel Erfahrung mitbringen und dadurch, dass wir ein starkes Wir-Gefühl im Unternehmen pflegen, wirst du automatisch von den anderen profitieren und deine Skills auf ein neues Level heben. Die dritte Säule ist die klassische Säule, externe Schulung. Wenn du dir das wünschst, werden wir es dir natürlich ermöglichen. Die etwas modernere Variante sind wahrscheinlich Online-Schulungen und Masterclasses, die wir dir gerne zur Verfügung stellen. Wir freuen uns tierisch auf deine Bewerbung samt Arbeitsproben. Bis bald hoffentlich! Bis bald!